Hallo Bavaro Fahn, es ist eine Explosion der Freude, Sie hier zu haben. Dieser ist jetzt veröffentlicht und ich präsentiere Ihnen Fahn aus erster Hand. Möchten Sie alles wissen, was beim FC Bayern geschieht? Registrieren Sie sich jetzt, um über den FC Bayern München auf dem Laufenden zu bleiben. Habe das gemacht. Los gehen nachrichten. Der FC Bayern trifft auf Paris St. Germain im Achtelfinale der Kampionslagü, Vorstandschef Oliver Kahn musste nach der nächsten Ziehung wieder schmunzeln. Ich denke, es ist unser Schicksal. Es ist ein großartiges Spiel, bei dem die besten Spieler der Welt gegeneinander spielen. Aber es ist noch ein weiter Weg. Es ist schwer zu sagen, wie das Spiel sein wird. Gefällt Ihnen diese Informationen und haben noch kein Leaker hinterlassen? Klicken Sie schon auf den Leaker-Button und so empfiehlt YouTube Ihnen Fahn immer die Neves aus den Barbaros. Fest steht jedenfalls, will der FC Bayern in der Königsklasse gewinnen, muss er den nächsten Top-Gegner aus dem Weg räumen. In Bezug auf das dritte Aufeinandertreffen seit dem Kampionslagü-Finale 2020 sagte Oliver Kahn. Über PSG los, unser Schicksal bayerischer Fahn, was denkst du zu Karns Worten? Haben Sie sich davon etwas vorgestellt? Hinterlassen Sie hier Ihre Meinung, ich möchte wissen, was Sie darüber denken. Ihre Meinung ist für den größten Klub Deutschlands von extrem wichtig. Greift zu! Bleiben Sie immer auf dem Kanal, denn wir aktualisieren immer die neuesten Nachrichten vom Klube Barbaro. Abonnieren, um nichts zu verpassen.